Slaue Bogu, Bratis und Sjöstr. Ich heiße Juri und komme aus der Ukraine. Und habe heute eine große Gnade vom Herrn empfangen und kann mit euch in diesem Sonntagmorgen Gottesdienst sein. Als wir freitags aus dem Haus gefahren sind und hergefahren sind, hatten wir hier so ein Treffen von den slawischen Menschen von allen Enden der Welt, hatten wir uns getroffen. Und da war auch ein Freund, der mit mir dient, aber in der Stadt Neapel in Italien, das ist eine sehr interessante Stadt, und da gibt es ungefähr ca. 80.000 slavische Menschen oder slavische Herkunft, die auf Russisch reden. Und vor ungefähr einem Jahr hat dieser Dienst angefangen und hat schon mehrere Punkte in Europa. Und das hat zu tun mit den Umständen in unserem Land. Viele junge Menschen, als die Grenzen sich öffneten, sind dann hergefahren. Und als wir hierher gefahren sind, da kam mir so ein Gedanke, wir beobachten nämlich eure Gottesdienste hier. Und habe ich gedacht, vielleicht gibt es so eine Möglichkeit, in diesem Gottesdienst zu sein. Und Gott hat heute unseren Wunsch erfüllt, preisei ihm. Brüder und Schwestern, ich möchte das Wort Gottes lesen. Markus aus dem sechsten Kapitel. Eine sehr interessante Geschichte, vielleicht kann man sogar sagen, zwei Geschichten, die miteinander verbunden sind. Und ich möchte die 35. Und bis zum Ende des Kapitel. Und wie lange dauert es. 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 Ich werde uns noch eine Bibelstelle lesen. Das wird Lukas 22. Kapitel sein. 31. 32. Der 32. Vers. Brüder und Schwestern, mein Wunsch ist es heute, über den Glauben zu sprechen. Das ist das, was der Herr heute aneinander wechseln lässt, in vielen Herzen. Das ist das, was der Herr heute aneinander wechseln lässt, in vielen Herzen. Und heutzutage ist bei vielen Menschen oder Gemeinden dies ein Defizit. Und über das Problem der letzten Zeit sprach Jesus und hat gesagt, wenn der Menschensohn auf die Erde kommt, wird er den Glauben finden auf ihr. Sogar hier in diesem Land und in vielen anderen Ländern sehen wir sehr viele gläubige Menschen. Aber die Schrift sagt, dass nicht alle Glauben haben. Wenn wir uns das Leben Jesu Christi betrachten, als er hier auf der Erde lebte. Das war das Einzige, was er vorhalten konnte, den Menschen. Er hat nie den Menschen gesagt, dass sie irgendwo falsch gehandelt haben oder eine Sünde begangen haben. Das hat er nur den Pharisäern gesagt. Und die einfachen Leute, besonders seine eigenen Jünger, hat er immer vorgehalten wegen des Unglaubens. Als Jesus Christus vom Berg der Verklärung hinabkam, hat er seine Jünger gesehen, hat er die Gruppe der Menschen gesehen, hat er den besessenen Sohn gesehen, den sein Vater gebracht hat. Und Jesus sagte, ihr törichtes und ungläubiges Volk, wie lange soll ich euch noch dulden? Unglaube ist das, was Gott verwundert hat. Es steht geschrieben, dass er sich gewundert hat über ihren Unglauben. In einer Stelle steht geschrieben, dass seine Brüder kamen und ihn herausnehmen wollten aus der Mitte, wo er war. Weil sie nicht an ihn geglaubt hatten. Die leiblichen Brüder. Wir können sagen, ja, die Welt, das ist die eine Seite. Aber wie man die Jünger lehrt zu glauben, wie man uns lehrt zu glauben, und Gott setzt uns in gewisse Umstände in unserem Leben. Und manchmal ist es für uns ein besonderer Moment. Und ich möchte, dass wir uns diese Geschichte betrachten und anschauen, was es mit den Jüngern Jesu Christi war. Brüder und Schwestern, das Wunder war, als er die Menschen gespeist hatte, das war ein Wunder für die Jünger. Gott hat sich mehr gesorgt um die Jünger. Weil an einer anderen Bibelstelle lesen wir, als sie sich hingesetzt haben, um rüber zu schwimmen, haben die Jünger nur ein Leib Brot mitgenommen. Christus ihnen говорит, берегитесь pharisäischой и irredовой закваски. Und Christus spricht zu ihnen, habt acht vor dem pharisäischen, vom Sauerteig der Pharisäer. Они этого слова nicht поняли und говорят, это, наверное, потому, что мы хлебов не взяли. Und sie haben das nicht verstanden und haben gesagt, das ist wahrscheinlich, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Und Christus spricht, oh, wie verhärtet sind eure Herzen. Habt ihr denn nicht gesehen, wie ich gestern mit fünf Broten und fünf Tausend Mann gespeist habe? Bratia und Sösteri, Christus stellt die Jünger in eine völlig unmögliche Umstände. Dайте людям есть. Gebt den Menschen zu essen. Und die Jünger sehen, dass es keine Möglichkeit gibt, das zu realisieren, was Christus ihnen sagt. Sie sind zu ihrem Verstand gekommen, haben alle Finanzen hervorgehoben, haben gezählt, und haben gesagt, «Lehrer, 200 denare ist zu wenig». Wir können das nicht tun. Bratia und Sösteri, когда Бог умножает, брüder und Schwestern, aber wenn Gott vermehrt, manchmal helfen uns materielle Dinge überhaupt nichts. Когда Бог делает, это он делает. Wenn Gott etwas tut, dann tut er das. Und Gott sagt, «Ach was habt ihr?» Они говорят, «Мы имеем только 5 хлебов und 2 рыбы». Sie sagen, «Aber wir haben nur 5 Brot und 2 Fische». Und Christus sagt, «Rassadите людей рядами». Und Christus sagt, «Setzt die Leute hin, ich möchte ihnen geben». Und man musste die Leute in Gruppen von 100 und von 50 setzen. Может, ich habe noch nicht gedacht, warum Christus so сказал, «Posadid людей по 100 und 50». Ich habe vor kurzem daran gedacht, warum hat Christus so gesagt, die Leute in Gruppen von 100 und von 50 zu setzen. Das ist ein Prozess, um die Leute zählen zu können. Er hat sich für ein großes Problem gestellt. Sie haben die 5 Brote gehabt. Und sie haben die Leute gezählt und wussten, es sind 5.000. Vielleicht hat jeder, der sich in diesem Prozess befand, gedacht, was wird denn weiter sein. Ein Rät, 100 Menschen. Eine Reihe sind 100 Menschen. 50 Menschen. Da sind 50. und wieder 100. Und wieder 100. Die Leute setzen sich auf das Gras. Und hier sind schon 5.000. Und Christus nimmt die Brote in die Hände. Wir wissen nicht, wie diese Vermehrung stattfand. In den Händen Christi oder in den Händen der Jünger. Aber eins wissen wir, dass diese Menschen Brot gegessen haben. Und sie sind alle satt geworden. Sлавa Bogu. Das war ein Wunder für die Jünger. Das war eine große Verwunderung für sie. Und sie haben es betrachtet und jeder hat das Wunder gesehen. Aber neben ihnen stand der, der dieses Wunder vollbracht hat. K сожалению, sie haben ihn in diesem Moment nicht gesehen. Посмотрим weiter, wie Christus ihr Herz betrachtete. Brüder und Schwestern, ich werde ein Zeugnis erzählen. Das war vor einem Jahr bei uns in der Ukraine. Als wir dahin gefahren sind, wo der Krieg herrscht. Wir sind selbst aus dem Westen der Ukraine. Und haben in den Osten der Ukraine Hilfe gebracht und den Menschen Brot gegeben. Und in einer Gemeinde, in der Stadt Mariupol, hat Gott ein großes Werk vollbracht. Viele Menschen kamen aus der Welt. Jeden Donnerstag, Freitag, Samstag haben wir mehr als tausend Brote an einem Tag verteilt. Und jeden Tag kam ein LKW und hat tausend dreihundert Brote gebracht. Wir haben dieses Brot in Pakete verpackt. Und in einigen Reihenfolgen haben wir dann die Menschen reingelassen und das Brot verteilt. Die Leute haben sich gedrängt. Und viele wollten zwei oder drei Mal zum Gottesdienst kommen, um dann dieses Brot auf die Hände zu bekommen. Und das ist ein starkes Dienst. Weil ihr den Menschen das geistige und das physische Brot geben werdet. Zuerst hatten wir 40 Minuten Gottesdienst. Dann zum Schluss erklang der Zuruf. Und am Ausgang der Gemeinde, wo sich die Menschen versammelten, haben wir dann jedem ein Brot gegeben. Und so hatten wir acht Gottesdienste am Tag. Das erste war um zwölf. Und es gab ungefähr 400 Leute. Dann gab es um zwei Uhr ein Gottesdienst. Dann um drei. Um sechs, um sieben und acht. Die Brote haben wir morgens in den Bus geladen. Und den ganzen Tag haben wir aus diesem Bus dieses Brot ausgegeben. Und als der letzte Gottesdienst dann war, sind wir in diesen Hof gekommen. Die Menschen haben sich unter offenem Himmel versammelt. Und wir haben dann eine große Menge von Menschen gesehen. Und ich habe das Auto geöffnet. Und habe gesehen, da sind nur noch zwei Kisten von Brot. Unsere Gruppe hat Lieder gesungen. Und ich bin zu diesem ältesten Bruder gegangen und frage. Ich sage ihm, wir haben ein Problem. Für die letzte Brotausgabe kann es nicht reichen. Er hat mich angeguckt und hat mir solche Worte gesagt. Niemals im Gotteswerk führe nie eine Zählung. Glaub an Gott und du wirst Wunder sehen. Und als er das gesagt hat, hat er das Auto geöffnet. Und hat gesagt, kommt her zum Brot. Und die Leute sind hingegangen. Jemand kam an und hat gesagt, gib mir zweilai Brot, mein Mann ist krank. Er guckt nicht mal nach hinten, holt zwei Brote raus und gibt sie ihr. Und gibt wieder. Und er hat es so lange gegeben, wie die Gruppe dann hingegangen. Und ich sehe, dass es allen reicht. Da kommt der letzte Mensch dann an. Er hat sich nicht mal umgedreht. Er nimmt das Leib. Er hat es hochgehoben. Wir stehen an der Seite. Er sagt, das ist das letzte Leib Brot. Und guckt nach hinten und sagt, hinten steht der letzte Mensch. Bei Gott gibt es nie einen Mangel. Glaubt an Gott und ihr werdet die Wunder sehen. Und als ich dann in den Westen wiederkam und in unserer Gemeinde dieses Zeugnis erzählte, einige Leute sagen, das ist wahrscheinlich für die Leute, es ist nur so viel, wie es Brot gab. Ich weiß es nicht, Brüder. Ich weiß nur, dass es allen gereicht hat. Gott hat sein Wunder gezeigt. Gott ist lebendig in unserer Zeit. Und er sagt seinen Jüngern, gib den Menschen zu essen. Und in diesem Prozess betrachtet er ihr Herz. Aber ihr Herz war verhärtet. Sie haben die Gotteswirkung nicht verstanden. Und Gott hat ihn dann auf einmal befohlen und hat gesagt, setzt euch in das Boot. Und schwimmt hinaus auf die andere Seite des Ufers, bis ich die Menschenmenge entlasse. Er hat ihnen nicht gegeben, teilzuhaben bis zum Schluss an diesem Dienst. Er hat sie von diesem Dienst weggehalten. Er hat ihnen befohlen, die Menschen zu lassen und wegzuschwimmen. Und dann sehen wir in dieser Geschichte zwei Begebenheiten. Er ist auf der Erde, sie aber auf dem Wasser. Ich weiß nicht, was da war, aber wir lesen, dass da ein Sturm aufkam auf dem Meer. Und er hat die Menschenmenge auseinander gehen lassen und selbst auf den Berg gegangen, um zu beten. Ich denke, sein Herz hat gelitten. Weil er diese verhärteten Herzen seiner Jünger gesehen hat. Weil sie gesehen haben, dass das Brot sich vermehrt und nicht daran glaubt. Sie haben sich der Wunder erfreut, aber nicht dessen, dass er ihr Gott ist. Dass ihr Leben in seinen Händen war. Dass er ihre Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben hat. Das hat ihnen keine Freude beschert. Weil sie nur die Wunder gesehen haben. Und er hat sie rausgerissen aus diesem Zustand. Er hat die Umstände in ihrem Leben verändert. Nach einem sehr gesegneten Gottesdienst sind sie draußen im Wasser und sie gehen unter. Und ich denke, jeder von ihnen hat sich die Frage gestellt. Warum geschieht sowas im Leben? Warum ist er nicht mit uns rausgeschwommen? Warum hat er uns alleine weggelassen? Wusste er denn nicht, dass so etwas geschehen wird? Brüder und Schwestern, er wusste, dass so etwas sein wird. Er hat extra diese Umstände im Leben der Jünger kommen lassen. Und von der vierten Nachtwache an haben sie da draußen im Wasser gekämpft mit dem Alpen. Und weiter lesen wir, dass Christus zu ihnen auf dem Wasser entgegen ging. Er hat sie dann nicht im Stich gelassen. Er hat geeilt. Aber sein Vorhaben war, sie zu umgehen. Er wollte nicht zu ihnen ins Boot eingehen. Die Schrift sagt, dass er vorbeiging an ihrem Boot. Und dann lesen wir, haben sie ihn auf einmal gesehen. Sie haben ihn alle gesehen. Alle Augen haben ihn erkannt. Und es steht geschrieben, die Augen sehen Christus. Aber der Mund schreit, dass es ein Gespenst ist. Was für eine Teilung. Was für eine Situation innerlich. Die Augen sehen Christus. Aber der Mund schreit, ein Gespenst. Was ist der Grund? жестokое сердце. Die Herzenshärte. Nicht nur einmal in deinem und meinem Leben. Wenn er auf diesem Wasser zu uns geeilt war, haben wir seine Hilfe gespürt. Aber in uns, diese Natur des Adams hat gesagt, es ist ein Gespenst. Du denkst nur, dass es Christus ist. Es kommt dir nur so vor. Die Jünger haben ihn gesehen und haben gerufen, ein Gespenst. Und um diese Zweifel zu zerstören, um diesen Unglauben zu zerstören, endet er seine Pläne. Er wollte vorbeigehen. Aber auf einmal geht er zu ihnen zum Boot. Und als er einging, wurde das Meer still. Die Wellen beruhigten sich. Und sie haben gesagt, wer ist das? Wer ist dieser? Weil sie nicht verständlich wurden über das Wunder von den Broten, weil ihre Herzen verhärtet waren. Wir sind hierher gekommen. Ich möchte, dass unser Herz heute den Herrn spürt. Dass wir verstehen, dass er heute mit uns ist. Dein Problem ist nichts wert, wenn heute mit dir Jesus ist an diesem Platz. Der Unglaube deiner Kinder. Vielleicht deine schwere Diagnose. Ein jeder Sturm, der aufkommt. Sie richtet heute deine Augen auf, auf den, der auf dem Wasser steht. Sein Name ist Jesus. Halleluja. Halleluja. Freizei dem Herrn, Brüder und Schwestern. Da будут сердza nasze сегодня mögen unsere Herzen heute offen sein, um ihn zu sehen. Und um zu verstehen, dass er das ist. Uns ist es unmöglich, errettet werden ohne ihn. Mit keinerlei Anstrengung. Aber das, was unmöglich ist bei Gott, ist bei Gott möglich. Und er sagt Petru, und hinterher sagt er ihm, dass der Teufel kam und er wollte euch ausstreuen wie den Weizen. Und er sagt Petru, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht verzage. Das hohe priesterliche Gebet nicht nur um sie oder für sie bete ich, aber alle, die kommen nach ihrem Wort, sie sollen an mich glauben, dass du mich gesandt hast. Brüder und Schwestern, über dich und über mich, damit unser Glaube nicht verzage. hat Jesus gebetet. Und ihr wisst, Petra war sehr ernst. Und bei Petrus, dieser Aussage war sehr ernst. Und er hat dreifach geleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und dann hat er seinen Lehrer verlassen. Всех verletzt. Alle haben ihn verlassen. Oder er hat alle verlassen und ihn hat angefangen, Fische zu fangen. Und wir lesen, dass er die ganze Nacht gefischt hatte. Mit ihm waren alle Jünger Jesu. Sie waren zerschlagen. Sie haben diese Beziehung zu Christus zerreißen lassen. Sie haben sich zerstreut. Sie haben die ganze Nacht keinen einzigen Fisch gefangen. Vчера ein Bruder sagte, dass auch keine schlöpige Fische für die ganze Nacht gefangen hat. Gestern hat ein Bruder sogar gesagt, nicht mal ein blinder Fisch kam für die ganze Nacht. Das ist ein Krach. Das ist ein Ungelingen. Das heißt schlechte Laune. Und man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber am Morgen am Ufer stand jemand. Pisania говорит, они его не узнали. Und die Schrift sagt, sie erkannten ihn nicht. In der ersten Geschichte, они все узнали его. In der ersten Geschichte haben sie ihn alle erkannt. Но они кричали, это призрак. Sie haben aber geschrien, dass es ein Gespenst. Weil sie auf sich selber gehofft haben. Dass sie sich nie absagen werden von ihm. Sie werden ihn nie verraten. Во второй Geschichte они поняли, что их вера ничего не стоит. Он начальник и совершитель веры. Sie in der zweiten Geschichte haben sie verstanden, dass ihr Glaube nichts wert ist und er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und sie konnten nicht bestehen bleiben im Glauben. Und wisst ihr, am Ufer stand jemand und sie haben ihn nicht erkannt. Глаза не узнали. Die Augen haben ihn nicht erkannt. Но когда он заговорил к ним, aber als er zu ihnen sprach, мы читаем даже Мария тоже не узнала его. Lesen wir, dass sogar Мария nicht erkannt hat. Но когда он заговорил с ними, aber als er mit ihnen angefangen hat zu reden, ученик которого любил Иисус, der Jünger, der Jesus liebte, Johann, говорит, это Господь. Das ist der Herr. Petrus musste nicht ein Fernglas nehmen und gucken, ob er es wirklich ist. Он z berga даже nicht смотрел. Er hat sogar vom Ufer aus nicht betrachtet. Er hat die Kleidung angeguckt. Er бросился in den Meer. Er ist als erster dahin gerannt, weil sein Herz gesagt hat, er ist es. Das ist dein Erretter. Das ist dein Herr. Ich habe gebetet für dich, dass dein Glaube nicht klein wird. Brüder und Schwestern, da uckrepit Господь in diesem собrании верu каждого человека. Brüder und Schwestern, möge der Herr einen jeden Glauben von uns hier stärken. In einer jeden Prüfung, damit unser Glaube bestehend bleibt. Damit sie fest ist. Чтобы она nicht поколебалась. Damit der Glaube nicht wankt. Wir читаем, dass in den letzten Zeit всякая надменная душa она nie usteht, aber праведность своей верою будет жив. Wir lesen, dass in der letzten Zeit jede hochmütige Seele nicht bestehen bleibt, aber der Gerechte wird leben. Aber weiter sagt die Schrift wir sind nicht von den wankelmütigen sondern stehen fest. Möge der Herr jeden von euch segnen, im Glauben zu fest zu stehen, sich zu stärken im Glauben und dem Herrn gefallen im Glauben wie Abraham das getan hat. Es sei der Name des Herrn verherrlicht. Dem Herrn sei für alles Ehre. Amen.